Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte von Bern. Berndes kennt man, Berndes hat man gern. Der Berner sagt man heige Charme und Witze. Darum erzähle mir im Stil von Mani Mathe Ritz. Von den Leuten in der Stadt und wie es hier so geht. Da kannst du im Schärme laufen, ob es regnet oder schneit. Unter den Lohben, Lädeln oder eins ziehen. Oder ein Lied vorsingen, so wie ich jetzt hier. Jetzt schau mal die Menschen an. Es ist ein einziges grosses Kohlge. Auch so viele Leute von nah und fern. Hier am Löbe Ecke in Bern. Ja, ja, jetzt schau mal die Menschen an. Jung und alt, alles trifft sich da. Ich komme immer wieder gern. Hier am Löbe Ecke in Bern. Schau die Frau dort mit den grauen Haaren. Sie wohnt hier schon seit ein paar hundert Jahren. Ein Bettler fragt sie. Hört eine gute Frau. Hättet ihr mir nicht zwei Stutze für das Tram in die Felsenau? Und ein Trubadour singt niemand, hört ihm zu. Ein Polizist kommt und sagt, jetzt ist dir etwa genug. Hey, Herr Polizist, seid nicht so streng. Es kommt doch nur noch gerade ein Refrain. Jetzt schau mal die Menschen an. Es ist ein einziges grosses Kohlge. So viele Leute von nah und fern. Hier am Löbe Ecke in Bern. Ja, ja, jetzt schau mal die Menschen an. Jung und alt, alles trifft sich da. Ich komme immer wieder gern. Hier am Löbe Ecke in Bern.